Was haben Kim Kardashian und Elon Musk gemeinsam? Beide haben in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen. Während bei ihr noch darüber spekuliert wird, wie sie das erreicht hat, hat sich Elon Musk auf Twitter bereits öffentlich dazu bekannt, sich beim Abnehmen eines Helfers bedient zu haben. Und damit meine ich jetzt keinen Fitnesscoach oder einen Diätkoch. Nein, sondern von einer Abnehmenspritze, genauer dem Medikament OZEMPIC. Das eigentlich ausschließlich zur Behandlung von Typ 2 Diabetes eingesetzt wird. Ist dieses Medikament jetzt die ganz große Hoffnung? Mehr dazu jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. OZEMPIC ist ein sehr wirksames Medikament für Menschen mit schwer einstellbarem Diabetes Typ 2, die zusätzlich auch noch unter kardiovaskulären Erkrankungen leiden. Einmal wöchentlich muss OZEMPIC ins Unterhautfettgewebe von Oberarm, Bauch oder Oberschenkel gespritzt werden. Die Patienten können das unproblematisch zu Hause durchführen. Das Medikament wirkt dabei auf drei Ebenen. Es senkt den Blutzuckerspiegel, hilft offensichtlich beim Abnehmen und schützt die Gefäße. Warum OZEMPIC beim Abnehmen hilft? Der Hauptgrund liegt am Wirkstoff Semaglutid. Dieser ahmt das Hormon GLP1 nach, das nicht nur eine sättigende Wirkung hat, sondern auch die Magenentleerung verlangsamt. Dadurch ist man länger satt, hat weniger Gelüste, nimmt dadurch deutlich weniger Kalorien auf, womit man dann abnimmt. Der Grund, warum es hauptsächlich bei Typ 2 Diabetes eingesetzt wird, dieser OZEMPIC-Wirkstoff dockt in der Bauchspeicheldrüse an bestimmte Rezeptoren an, die dafür sorgen, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird, was den Blutzuckerspiegel sinken lässt. Insulin hat aber noch eine ganz wichtige Wirkung, von der nicht so wirklich viele wissen. Es spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Sättigung. Soll heißen, mehr Insulinspitzen, schnellere Sättigung. Und weil dieses Medikament hier so effektiv an der Bauchspeicheldrüse kitzelt, schaffen es Diabetiker, die eigentlich schon auf Insulinspritzen angewiesen sind, selbst wieder genug Insulin herzustellen, was den Blutzucker normalisiert. Aber, und jetzt kommt schon das erste fette Aber, wenn etwas so gravierend wirkt wie dieses Medikament, dann ist es immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Genau hier verlässt dieses hochwirksame Medikament auch seinen eigentlichen Kompetenzbereich. Beginnen wir mal so. Problematisch wird es für Diabetes Erkrankte, wenn das Medikament plötzlich abgesetzt wird, weil es, wie in letzter Zeit häufig geschehen, schlichtweg nicht verfügbar ist. Die Hersteller kommen aufgrund der großen Nachfrage mit der Produktion einfach nicht mehr hinterher. Denn seit der Wirkstoff Semaglutid auch zur Behandlung von Übergewicht zugelassen ist, gibt es weltweit einen regelrechten Run auf dieses Medikament. Viele Menschen besorgen sich OZEMPIC zum Abnehmen auf eigene Kosten, also mit Privatrezept. Dabei ist OZEMPIC alles andere als ein harmloser Appetitzügler. Abnehmwillige, die OZEMPIC als harmlosen Appetitzügler verstehen und möglichst schnell und vor allem bequem abnehmen wollen, gefährden sich selbst. Denn OZEMPIC kann erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Laut Experten muss das Medikament langsam über einen längeren Zeitraum gesteigert und dann konsequent eingenommen werden, was genau das Gegenteil von einer schnellen Abnehmnummer ist. Mal abgesehen davon, dass aufgrund der Lieferengpässe Diabetes Erkrankte gefährdet sind, die dann nicht mehr an das für sie eigentlich so wichtige Medikament rankommen. Das Hauptproblem ist für kurzfristig Motivierte sicherlich Folgendes. Es wird ja überhaupt nichts am übergewichtsverursachenden Verhalten verändert. Und wenn die Abnehmenspritze dann irgendwann abgesetzt wird, kommt selbstverständlich der Appetit und die Lust auf genau den Nahrungsmüll zurück, der dafür hauptverantwortlich war, dass man überhaupt so flauschig geworden ist. Die Überschusskalorien, die mit OZEMPIC erfolgreich in die Flucht geschlagen wurden, finden dann den Weg zurück nach Hause und bringen dann auch noch ein paar Kumpels mit. Der Jojo-Effekt wird genauso brutal zurückschlagen wie bei typischen Diäten eben auch. Mal abgesehen von den möglichen starken Nebenwirkungen wie häufige Übelkeit bis hin zum Erbrechen, Völlegefühl, Gallensteine, Verstopfung, Kopfschmerzen oder Durchfall oder sogar eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kann, der Einsatz mit diesem Medikament langfristig nur dann erfolgreich sein, wer daneben ganz konsequent seinen Lifestyle, seine Ernährung anpasst. Sonst wird das ein Himmelfahrtskommando, ja um es mal etwas überspitzt auszudrücken. Sich endlich mal ernsthaft und vor allem diätfrei mit Gesundheit, mit gesunder Ernährung zu beschäftigen und eine Methode zu wählen, die keinen zusätzlichen Stress im schon vollgepackten Alltag erzeugt. Das ist ganz sicher der langfristig bessere Ansatz. Genau das machen wir bei unserem Online-Coaching leichter, als du denkst. Klick mal auf den Link in der Videobeschreibung unter diesem Video. Da gibt es einen kostenlosen Vortrag, der dir erklärt, wie anders wir an diese Sache rangehen, wird dir ganz sicher richtig gut gefallen. Und hey, wenn du dir einen Abnehmhelfer als Unterstützung suchst, der zwar nicht diese durchschlagende, aber eben auch sehr gefährliche Wirkung ermöglicht, sondern viel sanfter und völlig ungefährlich unterstützend wirken kann, dann schau dir doch mal den Stoffwechselkomplex von VitaMoment an. Dort drin befinden sich natürliche Wirkstoffe, die das Ganze unterstützen. Garantiert nebenwirkungsfrei. Kennst du jemanden, der OZEMPIC genutzt hat? Was denkst du darüber? Wenn du magst, rein in die Kommentare damit. Bin gespannt. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.